Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ja, das ist schon toll. Aber dann erklären Sie mir Folgendes. Ich bekomme von einer Schweißer Reisegesellschaft diesen Brief, in dem sie sich beschwert, dass ihre Kunden nicht so gründlich versenkt worden sind, wie wir es vertraglich festgelegt haben. Das bedauere ich. Ich kann es mir aber nicht erklären. Ich gebe mir die größte Mühe und werde alles tun, dass keine Beschwerden mehr kommen. Das möchte ich mir auch ausbitten. Auf Wiedersehen. Ach, dieser Mann hat ja so recht. Ich habe große familiäre Sorgen und er lässt die Leistung eben nach. Ich weiß, dass du meinetwegen solche Sorgen hast, aber versuche doch, mich zu verstehen. Du weißt ja, was ich von deinem Plan halte. Und ich kann es nicht mehr hören und ich will mich mit dir nicht mehr darüber unterhalten. Ich weiß und es tut mir aufrichtig leid. Ich werde dir schreiben. Mein armer Grösu. Es tut mir auch aufrichtig leid, aber so ist das Leben. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Der liebe Papa. Er meint es wirklich gut. Aber er ist nur ein Drache. Ein altmodischer Drache. Ich will nicht mehr daran denken. Ach, da kommt der Grösu. Ich möchte nicht, wie mein Papa von dummen Menschen als feuerspeinender Drache bewundert werden. Ich hasse das Feuer, das in mir glüht. Ach, hei, schon ist es wieder geschehen. Das darf nie wieder vorkommen. Zum Glück ist nichts passiert. Was heißt nichts passiert? Sieh dir das an. Ich rege mich aber nicht mehr darüber auf. Man muss sich mit seinem Schicksal abfinden. Wahrscheinlich habe ich wieder ein schlechtes Horoskop. Oh je, entschuldigen Sie bitte. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Mir fehlt direkt etwas, wenn du mir mal die Federn nicht verbrennst. Ich schäme mich, das dürfen Sie mir glauben. So ist es nun mal. Der eine kommt als Verfolger zur Welt, der andere als ein ständiges Opfer. Ich finde mich damit ab. Lepp wohl. Taffi, wo bist du? Ah, die Mecktriguns. Meine Herrschaftin Grösu ist da. Ach, der liebe Grösu ist wieder da. Guten Tag, die Herrschaft. Jetzt will ich mal sehen, Grösu, ob ich erraten kann, warum du zu uns gekommen bist. Du willst Feuerwehrmann werden. Jawohl, so ist es, Sir Cedric. Nun frage ich mich, wie Sie das so schnell rausgekriegt haben. Es war nicht schwer zu erraten. Doch das nutzt leider gar nichts, denn ich kann dir auch heute wieder nicht helfen, weil die Feuerwehr... Im Augenblick niemand braucht. Dafür bietet sich die Gelegenheit, in der Spionageabwehr tätig zu werden. Du könntest in die Schule für Geheimagenten aufgenommen werden. Wir haben ein Empfehlungsschreiben für dich vorbereitet. Vielen Dank, Lady Rowena. Allerdings frage ich mich, ob Geheimagent der geeignete Beruf für mich ist. Ein Feuerwehrmann ist viel nützlicher. Da bin ich anderer Ansicht. Ich wüsste nichts, was nützlicher und auch ehrenvoller wäre, als das Vaterland gegen die Umtriebe feindlicher Spione zu schützen. Das sehe ich ein. Es ist sicher sehr interessant. Das hätte ich mir nicht richtig überlegt. Na siehst du, hier hast du die Fahrkarte. Der Zug geht in einer halben Stunde. Auf Wiedersehen, Grösu. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wiedersehen, Wiedersehen. Auf Wiedersehen, vielen Dank. Ich schreibe Ihnen. Oh, gern geschehen. Auf Wiedersehen. Nachdem sich Grisus Wunsch, Feuerwehrmann zu werden, wieder nicht erfüllt hatte, stürzte er sich mit unveränderter Begeisterung und allem guten Willen auf die Aufgabe, Agent der Spionageabwehr zu werden. Tage vergingen, Monate vergingen. Endlich. Und so habe ich schließlich von allen Schülern das beste Zeugnis erhalten und bin heute als Sonderagent angestellt worden. Der kleine Grösu ist wirklich sehr tüchtig. Ach, ich habe schon immer an ihn geglaubt. Sie werden noch viel Freude an ihm haben. Selbstverständlich freut es mich, obwohl ich sagen muss, dass ich nun keinen Nachfolger haben werde. Das freut mich wiederum nicht. Nur nicht gleich aufgeben. Immer mit der Ruhe, mein Lieber. Sie müssen mit Grösu viel Geduld haben. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Vielen Dank, Milady. Also, meine Herren Agenten von der Abteilung 333 und besonders Sie, Sonderagent Grösu, der Sie heute Ihren ersten Einsatz haben werden, wir beginnen mit der Operation Kniff, die Ihren vollen Einsatz erfordert. Dieser besondere Einsatz dient dem Aufspüren und Unschädlichmachen eines Geheimagentenringes des Staates Tromegonda und besonders der Arbeit der gefährlichen Gräfin Ludmilla, die nach unserer Auffassung das Haupt der Spionageorganisation ist. Wir sind der Auffassung, dass es das Ziel dieser Gruppe von Spitzeln ist, die Geheimpläne für unsere Rakete Lombrikot in die Hand zu bekommen. Diese Pläne befinden sich zurzeit angeblich in dieser Aktentasche, die unser geheimster Geheimagent 00015 als Verteidigungsminister verkleidet mit sich führen wird. Diese Tasche mit den Plänen ist also der Köder, mit dessen Hilfe wir die Spione unschädlich machen werden. Das wichtigste Ergebnis unserer Aktion wird aber sein, dem Kopf der Spionageorganisation die Gräfin Ludmilla zu entlarven. Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam durch und verschlucken Sie sie dann sofort. Das Unternehmen beginnt pünktlich um 15 Uhr. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg. Agent Grösu, auf Ihnen ruhen alle unsere Hoffnungen. Ei, ei, Sir. Es ist soweit. Ach, da ist auch unser Agent 000015. Er hat die Tasche mit den angeblichen Plänen und unterhält sich mit der Gräfin von Tromigonda. Verehrte Gräfin, Sie haben wohl nichts dagegen, wenn ich Sie auf Ihrem täglichen Spaziergang begleite. Es ist mir ein Vergnügen, wie ich sehe, haben Sie Ihre Mappe mit den Arbeitspapieren mitgebracht. Nein, die habe ich nie in der Aktentasche. Das ist nur unwichtiger Papierkram, weiter nichts. Mein Lieber, ich habe es schon verstanden. Ach, wenn die wüsste. Die soll nur glauben, dass die Raketenpläne in der Aktentasche sind. Ich sage Ihnen ja, Gräfin, Sie irren sich, wenn Sie in der Tasche wichtige Dokumente vermuten. Ein solches Risiko würde ich nie eingehen. Ah, unsere Superagentin meldet uns gerade die ersten Erfolge Ihrer wichtigsten Mitarbeiter. Das sind Agentin K22 und Agent Z23. Hurra, Sie haben die Geheimpläne erwischt. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Der hat mir die Tasche gemopst. Das Bild ist ja schon wieder gestört. Und nun schnell die Taschen austauschen. Er hat sie zurückgebracht. Was sagen Sie nun? Es ist nicht zu fassen. Schnell, bringen wir die Tasche in Sicherheit. Sie hat sie wieder, Gott sei Dank. Das Dokument ist hoffentlich noch drin. Was ist das? So eine Gemeinheit. Gehört dieser merkwürdige Hund Ihnen? Ja, und Sie können sich nicht vorstellen, wie anhänglich mein Hund ist. Ach, das ist ja ein Chinese. Der gehört nicht zu uns. Nein, das ist ein Agent aus Kaimakar. Die Geheimpläne verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Na nun, was ist denn da passiert? Es könnte sein, dass eine Düse verstopft war. Oh, Exzellent, sehen Sie nur. Unser Agent X62. Herr Schwindel! Ich werde doch wahnsinnig. Schon wieder das kleine Kling. Ihr Hund ist wirklich gut erzogen. Ja, und er hängt so an mir. Mitunter sind die hässlichsten Hunde die intelligentesten. Wer ist denn das nun wieder? Allerdings. Ein Spion aus Katapuzia. Katapuzia. Verflixt! Ach, das ist ja unser Agent Z102. Wiederhört dieser Hunde. Eine Büchse voll getrocknetem Felsen. Da ist ja der Hund schon wieder. Und wieder hat er die Akkentasche. Der merkwürdige Hund scheint mir sehr verdächtig. Da, sehen Sie. Ist das einer von unseren Agenten? Unter unseren Agenten befindet sich kein Baum. Die Koboldier haben als Spion eine Eiche. Eine Büchse voll Termin. Ach, das ist ja unser tapferer Militärattachier in voller Aktion. Aktion! Jetzt hat ihn einer abgeknallt. Leben Sie wohl, verehrte Gräfin. Auf Wiedersehen. Kriege ich das? Selbstverständlich, wer sonst? Na nu, ein Hund, der reden kann. Welche Agent könnte das sein? Es ist vielleicht der Ministerpräsident, der uns kontrollieren kommt. Ich werde die Gräfin anrufen, bevor wir noch größere Schwierigkeiten kriegen. Achtung, Achtung, Ludmila, es droht uns höchste Gefahr. Der Hund ist der Ministerpräsident, der uns kontrollieren will. Es ist ein harter Kampf gewesen, aber wir haben es geschafft. Hätten Sie wohl Feuer für mich? Habe ich recht verstanden? Sie wollen Feuer? Ja bitte, ich möchte Feuer für die Zigarette. Frau Gräfin, wenn Sie unbedingt wollen. Ich fürchte nur, ich bin ein wenig aus der Übung gekommen. Aus der Übung? Herr Ministerpräsident, Sie sind zu scherzen aufgelegt. Das ist zu viel, das ist ja viel zu viel gewesen. Grisou, Grisou, was wäre nur aus uns geworden, wenn wir dich nicht hätten? Ohne deine Hilfe hätten wir nie erfahren, wer sich hinter der falschen Fassade der Gräfin Ludmila versteckt hatte. Verzeihen Sie, ich wollte es nicht, wirklich nicht. Na, der kleine Grisou ist doch fabelhaft, wie? Ganz allein hat er alle Spione entlarvt. Was kann ich nur tun, um nie mehr Feuer zu sparen? Fantastisch! Die neue Geheimwaffe! Halt, Grisou, wo willst du hin? Lassen wir ihn doch ruhig laufen, er wird schon wiederkommen. Es passiert vielen Anfängern, dass sie nach dem ersten Einsatz davonlaufen. Es ist eben alles reine Nervensache. Dieser Feuerstrahl! Warum ist mir das immer wieder passieren? Werde ich nie aufhören, ein feuerspeiender Drache zu sein? Das ist ja fürchterlich! Na, was habe ich dir schon so oft gesagt, mein Sohn? Es wird dir niemals gelingen, gegen deine Natur abzukämpfen. Du bist nun mal ein Drache, Grisou, und du wirst immer ein Drache sein. Ich habe mich meines Drachendaseins nie geschämt. Sieh dir das an! Diese Besucher sind direkt aus Japan gekommen, um meine Vorführung zu überwundern. Ich komme, ich komme! Sie haben sich verspätet, dadurch ist der Zeitplan etwas durcheinander geraten. Sie werden sofort bedient. Achtung! Achtung! Das war's also wieder mal. Ich bin sicher, dass die Japaner keinen Anlass sehen werden, einen Beschwerdebrief über mich zu schreiben. Hey, was soll das? Du bist voll dumm. Willst du mich schon wieder verlassen? Ja, Papa, du darfst mir nicht böse sein. Du weißt doch, ich will... Ein Feuerwehrmann werden, ein Feuerwehrmann werden. Ich weiß, du willst ein Feuerwehrmann werden. Ich werde wahnsinnig fuhmeln. Das kann doch nicht Ihr werter Ernst sein. Auf keinen Fall dürfen Sie ein Feuerwehrmann werden. Mein Gott, das hängt ja kein Drache aus. Seien Sie unbesorgt, Herr Präsident. Mein Vater wird immer ein Drache bleiben. Sie haben das missverstanden. Ich, ich will ein Feuerwehrmann werden. Jawohl! Ich werde Feuerwehrmann. Ich will ein richtiger Feuerwehrmann werden. Das ist leichter gesagt als getan. Aber wer wagt, der gewinnt. Auch wenn er nur ein kleiner Drache ist. Eines Tages werde ich zu meinem Vater zurückkommen und werde sagen, Guten Tag, lieber Drachenvater. Jetzt bin ich ein Feuerwehrmann. Ach was, man darf nur nicht die Geduld verlieren. Diesmal muss ich es schaffen. Diesmal muss ich ein Feuerwehrmann werden. Die Hauptsache ist, dass mir nicht wieder ein Feuerstrahl entfährt. Und als ein Feuerwehrmann wurde, Deswegen werde Feuerwehrmann, werde Feuerwehrmann und bleibe kein Drache. Aber verschone mich in Zukunft damit, hast du verstanden, ja? Ich habe es satt, das immer wieder zu hören. Damit gehst du mir auf die Nerven. Papa, sei doch nicht gleich so aufgeregt. Du weißt doch, das ist mein größter Wunsch. Ich weiß nur, dass du eine schreckliche Nervensäge bist. Damit ist Schluss. Werde Feuerwehrmann, du sollst deinen Willen haben. Es ist sinnlos, mit dir vernünftig zu reden. Wiedersehen, Papa. Ich lasse gelegentlich von mir hören. Wiedersehen, Grisou. Stell nicht wieder irgendwelchen Unsinn an. Auf Wiedersehen. Sieh nur, Cedric, wir kriegen schon wieder einmal lieben Besuch. Ach, du meine Güte. Schon wieder dieser Grisou. Ich habe das ungute Gefühl, den kleinen Drachen werden wir nie wieder los. Meine Verehrung, Lady Rowena. Guten Tag, Sir Cedric. Störe ich? Wie kannst du nur so etwas sagen? Du würdest uns nie stören, kleiner Freund. Du solltest wissen, mein Lieber, dass du hier nicht störst. Vielen Dank, vielen Dank, Sir Cedric. Was ich dir sagen wollte, um deiner üblichen Frage zuvor zu kommen. Es hat keinen Sinn, dass du dir irgendwelche Hoffnungen machst. Im Augenblick können wir keinen Feuerwehrmann brauchen. Oh, wie schade. Ich hatte diesmal so besonders darauf gehofft. Lady Rowena, was könnte ich denn dann werden? Ich weiß einen sehr geeigneten Beruf für dich. Du könntest bei uns Hausdiener werden. Ist das auch so ein nützlicher Beruf wie Feuerwehrmann? Aber Grisou, wie kannst du das fragen? Der Hausdiener ist der gute Geist des Hauses. Er ist für das Wohlergehen und für die Gesundheit seiner Herrschaft verantwortlich. Tatsächlich? So hätte ich mir das nicht vorgestellt. Und ist das schwer zu erlernen? Ivo, für so einen intelligenten Jungen wie du bestimmt nicht. Ganz sicher nicht? Mit welcher Arbeit soll ich anfangen? Zuerst bekommst du etwas Leichtes zu tun. Du siehst da einen Haufen welker Blätter. Den wirst du verbrennen. Selbstverständlich. Haben sie zufällig Streichhölzer bei sich? Streichhölzer willst du haben? Es ist doch viel vernünftiger, wenn du deinen Feuerstrahl dafür benutzt. Das tue ich nicht, Sir. Ich habe geschworen von dem Feuer, das in meiner Brust ludert, nie wieder Gebrauch zu machen. Ich tade dich nicht dafür. Im Gegenteil. Würdest du die Flamme für einen schlechten Zweck verwenden, müsste ich das beanstanden. Aber bei einem guten Zweck verdienst du Anerkennung und Lob, Grisou. Also kurz gesagt, du musst dir immer eines überlegen, ist es sinnvoll, was ich tue oder richte ich damit einen Schaden an? Ja, wenn man es so sieht, dann sollte ich doch... Du musst natürlich gut aufpassen, dass kein Feuer ausbricht. Das brauchen Sie nicht zu befürchten, Milady. Das ist dir hervorragend gelungen. Nun möchte ich dich auch noch bitten, den Haufen Gerümpel zu verbrennen. Das Gerümpel soll ich verbrennen? Womit verbrennen? Du Dummerchen, das fragst du noch? Du weißt genau womit, aber übertreibe es nicht. Wie Sie wünschen. Das ist dir ganz, ganz ausgezeichnet gelungen. Bravo, Grisou. Um ehrlich zu sein, ich bin ganz und gar nicht stolz darauf. Und nun, mein Lieber, könntest du auch noch das Wasser im großen Kessel anheizen? Das würde mir sehr helfen. Du musst dir aber merken, dass das Wasser nicht über 40 Grad erhitzt werden darf. Ich werde es versuchen. Es wird allerdings nicht ganz einfach sein. Das war ganz hervorragend. Staffee, du wirst den jetzt in die Küche begleiten. Jawohl, Sir. Nun habe ich noch eine Bitte. Wenn du das Essen kochst, dann mit deinem Feuer recht vorsichtig. Wenn du zu wenig heizt, wird das Essen nicht gar. Und wenn du es zu sehr kochst, dann verschmort ist. Entschuldigen Sie bitte eine Frage. Haben Sie denn kein Gas? Wozu? Da ich wusste, was du für Fähigkeiten hast, war es naheliegend, den Vertrag mit dem Gaswerk rückgängig zu machen. Das sehe ich ein. Sir Cedric, leider muss ich Sie darauf hinweisen, dass es sehr schwierig ist, mein Feuer zu regulieren. Aber Grisou, wir wissen doch, was du zu leisten vermagst. Auch als Koch wird es dir gelingen, Großartiges zu vollbringen. Cedric, komm, jetzt wird es Zeit für das Bad. Na, Grisou? Kommst du mit der Arbeit voran oder bist du schon erschöpft? Es ist anstrengend, immer aufpassen zu müssen, dass mir der Feuerstrahl nicht wieder entwischt. Wenn ich auch nur ein Augenblick unaufmerksam bin, habe ich statt eines gut gebräuten Bratens eine verbrannte Küche. Verstehen Sie? Das verstehe ich, das verstehe ich durchaus. Es ist schwer, ständig sein Temperament zu zügeln. Hallo, Grisou. Hallo, Grisou. Sie wünschen es, Sir Cedric? Grisou, ich muss dich bitten, mehr aufzupassen. Dein Feuer war zu stark. Der Braten war nicht knusprig, er war verbrannt. Entschuldigen Sie, Sir Cedric, ich kann nichts dafür. Während der Braten in der Röhre war, hatte ich plötzlich einen Hustenanfall. Dann versuche, den Husten zu unterdrücken. Pass in Zukunft auf. Ich verspreche es, Milady. Und jetzt, Grisou, servierst du mir einen doppelten Whisky mit sehr viel Eis. Sofort, Sir. Ach, Staffie, haben Sie das gehört? So ein Hustenanfall lässt sich eben nicht immer unterdrücken. Du brauchst aber nicht traurig zu sein, Grisou. Ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich das alles perfekt konnte. Auf Wiedersehen. Ach, ich werde es schon begreifen. Ach, die Eishofel sind festgefahren. Es muss doch eine Möglichkeit geben, die loszukriegen. Ich werde sie anhauchen. Vielleicht gehen sie dann ab. Ach, du lieber Himmel. Jetzt habe ich den Kühlschrank kaputt gemacht. Grisou, wo bleibt denn der Whisky? Entschuldigen Sie bitte, Sir Cedric. Der Kühlschrank ist ins Freigegang. Ich habe kein Eis für den Whisky. Oh, das ist aber sehr ärgerlich. Dann rufe bitte den Eismann an. Er soll uns sofort eine Stange Eis liefern. So, da bin ich schon. Der Eismann ist gekommen. Schnell, tragen Sie die Stange Eis in die Küche. Ich schließe inzwischen die Tür des Lieferwagens. Ja, sei doch so freundlich. Vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind, Herr. Ah, das ist selbstverständlich. Heute ist aber wieder ein ganz besonders heißer Tag. Oh, da bin ich. Die ganze Stange Eis ist geschmolzen. Himmel! Ich muss wieder husten. Ach, du Schreck. Sicher ist es alles eisgeschmolzen. Es ist wohl besser, wenn ich jetzt verschwinde. Das verstehe ich nicht. So heiß ist es heute wirklich nicht. Oh je, vielleicht bin ich verrückt. Es könnte auch sein, dass ich Fieber habe. Ich habe keine Erklärung dafür. Oh, warum rege ich mich so auf? Ich habe ja noch genug Eis im Wagen. Bringe ich eben eine andere Stange? Hilfe! Hilfe! Ach, du lieber Himmel. Anscheinend ist dein Wasserrohr geborsten. Warum stößt du hier herum und kümmerst dich nicht um uns? Wo bleibt man Whisky? Ich habe kein Eis bekommen. Alles Eis, das der Eismann gebracht hatte, ist geschmolzen. Wie kann das nur sein, dass das Eis geschmolzen ist? Ich habe geglaubt, heute wäre es ausgesprochen kühl. Naja, dann wirst du mir eben etwas anderes bringen. Das tut mir aufrichtig leid zu, aber als Hausdiener bin ich doch wohl nicht geeignet. Es ist besser, sie verzichten in Zukunft auf mich und schließen mit der Gasanstalt einen neuen Vertrag ab. Ich kann nichts dafür, mein Feuer lässt sich nicht regulieren. Es ist völlig unberechenbar. Und außerdem ist es gefährlich. Sie haben ja gesehen, dass mir sogar der Braten angebrannt ist. Das kann auch der besten Hausfrau passieren, Grisou. Abgesehen von dieser Kleinigkeit sind wir mit deiner Arbeit äußerst zufrieden. Ich bin zutiefst gerührt. Was meinst du, ob wir uns jetzt etwas ausruhen? Grisou, es wird deine Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass uns niemand stört. Ich bin doch recht müde. Es soll sie keiner stören, Sir. Na, kannst du schon alles? Bis jetzt habe ich fast alles falsch gemacht. Ich sehe ein, dass das kein Beruf für mich ist. Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen, wäre ich lieber Feuerwehrmann geworden. Rede doch keinen Unsinn. Du machst das schon ganz gut. Ich hätte da eine Frage. Sir Cedric will sich etwas ausruhen. Was kann ich tun, um mich für Störungen möglichst zu schützen? Nun, das ist nicht so einfach. Pass auf. Zuerst musst du lernen, alles, was ihn stören könnte, zu erkennen. Wie erkenne ich das? Dazu gehören Instinkt und eine gute Nase. Die musst du haben. Siehst du den Mann, der dort drüben geht? Das ist ein Störenfried. Nun, pass auf. Hilfe, Hilfe! Wer war denn das? Was hat er getan? Das war der Vorsitzende des Vereins der Katzenfreunde. Ein echter Hundeverächter. Den habe ich auf der Stelle erschnüffelt. Das verstehe ich nicht. Ich habe nichts davon gerochen. Du hast nichts gerochen? Wie bedauerlich. Dann musst du lernen, solche Leute an ihrem Äußeren zu erkennen. Und woran erkenne ich sie? Pass auf. Ich zeichne dir das mal etwas auf. Störenfriede kannst du immer daran erkennen, dass sie einen großen Koffer mit sich tragen. Na ja, das lässt sich leicht merken. Aber als Hausdiener kann ich ihn nicht wegtreiben, indem ich ihn in die Waden weise. Ja, das ist ausgeschlossen. Am besten setzt du als hochherrschaftlicher Hausdiener eine möglichst abweisende Mine auf. Dann atmest du tief und sagst energisch zu ihm aus voller Brust, Sie sind hier nicht willkommen. Ich muss Sie bitten, auf der Stelle diesen Privatbesitz zu verlassen. Das ist alles? Das ist ja ganz einfach. Das kann ich auch. Nun, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Wiedersehen. Ich werde zu ihm sagen, Sir Cedric, wenn Sie erlauben, dann können Sie diesmal die Feuerwerkskörper für das Fest der Grafschaft zu günstigen Bedingungen haben. Diesmal müssen Sie auf das Angebot eingehen. Herr Jee, da kommt ein Mann mit einem großen Koffer. Das ist sicher ein Störenfried. Bitte melden Sie mich, Sir Cedric. Mein Herr. Ja? Mein Herr, Sie verlassen unverzüglich diesen Privatbesitz. Haben Sie verstanden? Geh mir aus dem Weg, lächerliche Hans Wurst. Was hat er gesagt? Das soll er büßen. Ich fordere Sie zum letzten Mal auf. Verlassen Sie das Grundstück. Ich gehe dorthin, wohin es mir passt. Das gehen Sie nicht. Ich fordere Sie auf. Helft mir, ihr Leute! Hilfe! Hilfe! Ich bin doch kein düsen Jäger! Lassen Sie doch diesen Insinn sein! Hilfe! Hilfe! Was haben Sie denn nun bloß wieder angestellt? Gratuliere! Hilfe! Hilfe! Nie wieder werde ich Feuerwerk verkaufen! Nie wieder! Was hast du denn mit dem Mann gemacht? Wieso ist er davon geflogen? Sir Cedric, verzeihen Sie mir. Ich habe nur gesagt, dass er gehen soll. Das ist kein Grund, den Tränen auszubrechen. Ich bin sehr froh. Endlich bin ich den Störenfried los. Er ist mir auf die Nerven gefallen. Ich könnte mir vor gut alle Haare ausraufen. So benütze ich doch kein guter Hausdiener. Mein lieber Grisut, du bist als Hausdiener ein ausgesprochener Hausdrache und das ist gut so. Ich kann das beurteilen, weil ich mit dem Hauspersonal so meine Erfahrungen habe. Nun hören Sie doch endlich auf! Ich kann das nicht mehr hören! Ich kann das nicht mehr hören! Warum läuft er denn davon? Wo willst du denn hin? Meine Herrschaften, lassen Sie doch den kleinen Drachen laufen und versuchen Sie den Ärmsten zu verstehen. Aber wir verstehen ihn doch. Wir haben ihn sogar für das, was er getan hat, gelobt. Na eben, das ist ja der Grund. Was mich dieses verflixte Feuer ärgert! Du Dummerchen, es ist sinnlos, dich aufzuregen. Du hast wirklich getan, was du konntest. Bei einem kleinen Drachen ist das eben nicht anders. Da soll ich nicht weinen? Ich habe dir ein Tässchen Kerosin aufgebrüht und habe dir einen süßen Laberpudding gekocht. Nun sei aber nicht mehr traurig. Freut dich das, mein Jungchen? Ja, sehr, Papa. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass du wieder zu mir sagst. Eines Tages will ich Feuerwehrmann werden. Es ist doch so. Ja, Papa, wie hast du das erraten? Ich werde ein Feuerwehrmann, das schwöre ich. Das habe ich mir gedacht. Jetzt isst und trink. Ja, ich werde ein richtiger Feuerwehrmann. Ja, nun isst, mein Kleiner. Es wird ja sonst noch alles kalt. Ich möchte Feuerwehrmann werden. Ja, nun hör aber endlich auf, sonst werde ich doch verrückt.